Ich finde das Handy ist für mich extrem wichtig, vor allem, weil ich immer in Verbindung sitzen kann mit der Familie, mit den Freunden. Du bist scheinbar flexibler. Und was machst du mit dem Handy? Was für Funktionen verbindest du dir hauptsächlich? Das ist eine gute Frage, ich schreibe öfters SMS, telefonieren. Doch sehr wichtig, also halt zur Kommunikation, das ist überall dabei haben und mitnehmen kann, eigentlich, ja. Wie wichtig ist das Handy mittlerweile für Sie? Also für mich ist es sehr wichtig, also ohne Handy, ich wüsste jetzt nur, wie man telefonisch erreichbar werden kann, weil man ist meistens außer Haus und dann ist es auch wichtig, wenn man ein Handy dabei hat, dass man erreichbar ist. Also sehr wichtig, weil du hast es immer bei dir und du kannst immer Kontakt mit den Freunden aufnehmen. Was machst du hauptsächlich mit dem Handy? Was sind die wichtigsten Funktionen für dich? SMS schreiben, weil du da gratis SMS holst.